Schauen wir uns einmal an, wie Sie GoCardless nutzen können, um Zahlungen über Lastschrift einzuziehen. GoCardless kann Ihnen helfen, Zahlungen für Rechnungen einzuziehen, indem es automatisch den Betrag am Fälligkeitsdatum einzieht oder für wiederkehrende Zahlungen wie Abonnements und Mitgliedsbeiträge. So kann GoCardless Sie dabei unterstützen, Ihre Rechnungen einzuziehen. Laden Sie Kunden, die regelmäßig mit Ihnen arbeiten, dazu ein, ein einfaches Lastschriftformular auszufüllen. Sobald das Mandat aufgesetzt ist, können Sie eine Zahlung für Sie aufsetzen. Sie können einmalige Zahlungen oder wiederkehrende Zahlungen für jeden Kunden erstellen. Wir helfen Ihnen, Ihr Geld zum fälligen Datum zu bekommen und Ihren Kunden im Vorhinein zu benachrichtigen. GoCardless kann auch in Kombination mit Ihren schon existierenden Accounting-Tools verwendet werden. Die Zahlungen werden automatisch eingezogen, mit den Rechnungen im System abgeglichen und dann an Sie ausgezahlt. Sie können GoCardless nutzen, um wiederkehrende Zahlungspläne für Abonnements und Mitgliedschaftsbeiträge zu erstellen. Erstellen Sie einen Plan mit den Daten und der Anzahl an Zahlungen, die Sie einziehen möchten. Laden Sie dann Ihre Kunden ein, dem Plan beizutreten. Diese werden Ihr Lastschriftmandat aufsetzen und einfach dem Plan zustimmen, bevor die Zahlungen beginnen. Wie viele Zahlungen auch immer Sie einziehen, Sie können alles einfach verfolgen. Entweder durch Ihre existierenden Tools, durch unser Online-Dashboard oder über Ihre eigene maßgeschneiderte Integration. Werden Sie Teil unseres Netzwerks von über 30.000 Unternehmen weltweit, die schon GoCardless nutzen. Registrieren Sie sich und starten Sie noch heute.